Happy Birthday Red SK Happy Birthday Utsam Hild Hade Happy Birthday Kenjo Ida Portea Happy Birthday Aman Khan Happy Birthday Aditya Unade Happy Birthday A Wind Ahir Happy Birthday Firan Jeff Turma Und ich spiel wieder Free Fire und ich spiel Modus Festo Viel Spaß Ok Ich hab grad vergiss meine Köppi aufzusetzen So ne Schweinerei Dann schauen wir mal Was nehmen wir zuerst Wir nehmen Das Feld Einnehmen Was Ich kann ja gar nicht heilen Ach Hätt ja auch Schuss Ach je Ich muss das Feld 2 nehmen Da ist es Ziemlich Ziemlich laggy irgendwie 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 9 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 14 15 16 16 17 18 17 15 17 17 18 20 Wir müssen den Plotzer einnehmen, nicht einfach Leute killen. Dann würde ich mal sagen, verteil ich die Likes und wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Runde wieder. Gut, bis gleich. Okay, die zweite Runde von der Festung geht los. Ich werde bestimmt gleich erstmal wieder. Die Maschine werden ihm die Neunste. Ach, warum bleibt er denn da stehen? Okay. 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 Das ist ja nicht. Okay. Okay. Aber anscheinend wissen die wie das Spiel geht. Okay. 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 Komm her. Okay, dann klalk. Du komm dressing die Mönche? Das war's. 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 Das war's.